Und Allah Azzajal sagt auch, denkt ihr denn, ihr kommt ins Paradies, bevor Allah diejenigen kennt, die sich auf seinem Wege abmühen und die geduldig sind? Wie, bevor Allah sie kennt? Allah weiß doch schon immer, ja, aber gemeint ist, dass seine Kenntnis in Form der Wirklichkeit eintritt. Also Allah Azzajal wusste, der wird standhaft, schon immer, und heute ist er tatsächlich standhaft. Das ist gemeint mit dieser Kenntnis. Nicht, dass Allah nicht wusste, wer von euch wird standhaft sein und jetzt bist du standhaft, ach so, du bist standhaft. So ist es ja nicht bei Allah Azzajal. Er weiß ja nicht erst die Sachen, nachdem sie eintritt. Er kennt alles, bevor es eintritt. Ja, was heißt aber hier, denkt ihr denn, ihr kommt ins Paradies, bevor Allah jene kennt, die sich abmühen? Also, dass dieses auch eintritt, dass sein vorheriges Wissen eintritt. Ist das klar?